Seit Tagen überschlagen sich bei Borussia Dortmund die Schlagzeilen über die geplante Rückkehr von Jadon Sancho von Manchester United, die ihn ja im Sommer 2021 für 85 Millionen von Dortmund verpflichtet hatten. Jetzt ist auf jeden Fall klar, er wird kommen und zwar für sechs Monate per Laie, ohne Kaufpflicht oder Kaufoption, also wirklich nur für den Zeitraum, aber das Ganze ist dennoch recht billig für die Dortmunder, denn wie die Bild berichtet, soll sich das Paket aus Leihgebühr und Gehalt nur auf 3 Millionen Euro belaufen. Klar, für einen Spieler für nur sechs Monate für die Rückrunde ist das eigentlich viel, aber für einen Sancho geht das eigentlich völlig klar, wenn man bedenkt, was er bei United verdient oder was ein fester Transfer kosten würde. Dennoch stellt sich natürlich die Frage, ob er das rechtfertigen kann, ob er überhaupt nochmal an seine alten Leistungen anknüpfen kann und inwiefern das überhaupt ein sinniges Geschäft für die Dortmunder ist, ohne jegliche Aussicht auf einen festen Transfer nach der Leihdauer. Und da möchte ich jetzt einfach mal ein bisschen näher drauf eingehen in meiner Transferanalyse zu Jadon Sancho zum BVB. Sprechen wir zunächst einmal über das Leistungsniveau und dann am Ende über sein Spielerprofil, was er eben bringen könnte. Muss man halt festhalten, dass er bei United überhaupt nicht an die Leistungen anknüpfen konnte, die er zuvor noch im schwarz-gelben Trikot gezeigt hatte. Die erste Saison unter Solskja, wie auch die zweite dann unter Ten Hag, war eigentlich recht durchwachsen. Er hat immer mal wieder gute Ansätze gezeigt, aber konnte halt nie konstant das abliefern, was er versprochen hatte, was er beim BVB noch gezeigt hatte in der Bundesliga und auch international. Dennoch will ich ja mal sagen, er war nie so schlecht, wie er dann letztendlich geredet wurde. Ja, er war nicht gut, aber jetzt auch keine Katastrophe, wie beispielsweise aktuell ein Anthony auf dem rechten Flügel. Ich habe euch jetzt hier auch mal seine FB-Ref-Statistiken der letzten 365 Tage eingeblendet. Klar, zuletzt hat er nicht mehr so oft gespielt, aber das ist nicht so schlecht, wie er oft geredet wird. Das sind immer noch richtig gute Statistiken und wenn das seine schwache Form ist, dann stellt ihn euch mal in guter Form vor. Dann ist er wirklich ein krasser Unterschiedsspieler, der dem BVB auf jeden Fall weiterhelfen könnte. Und dann kam die dritte Saison, auch wieder mit Ten Hag, mit dem er sich dann aber relativ früh in der Saison auch zerstritten hat. Er sollte sich entschuldigen, hat es nicht eingesehen, weiß nicht, was er gemacht hat. Dementsprechend ist er jetzt schon seit Ende August aus dem Kader gestrichen, durfte er auch nicht mehr wirklich mit der ersten Mannschaft trainieren, ist da komplett außen vor. Also rein was die Spielpraxis betrifft, ist es auf jeden Fall kein positiver Punkt für die Dortmunder. Auch ansonsten wurde von psychischen Problemen zwischenzeitlich berichtet, das war in der Saison davor. Die hat er wohl überwunden, ich habe da natürlich keinen näheren Einblick und will mir da jetzt auch kein Urteil erlauben. Aber auf jeden Fall kann man festhalten, sowohl was die Spielpraxis als auch psychische Probleme oder seine Verfassung angeht, ist auf jeden Fall eine Rückkehr dahin, wo er weiß, dass er sich da schon mal wohl gefühlt hat. Eine gute Option, die natürlich nicht unbedingt versprechen muss, dass es klappt. Aber ein Versuch ist es, wie ich finde, auf jeden Fall wert. Sancho selbst ist auf jeden Fall ein Spieler, dem man gewisse Freiheiten einräumen muss. Da ist er zum Beispiel, was die Disziplin, also so Pünktlichkeit beispielsweise, ist jetzt nicht unbedingt sein Ding. Aber wenn man da ihm seine Freiheiten gibt, dann zahlt er es dennoch auch mit Leistung zurück auf dem Platz. Und genau das ist ihm bei United auch so ein bisschen zum Verhängnis geworden. Ten Hag ist da ein relativ strenger Trainer, der da auch Konsequenzen sieht, wenn das Ganze neben dem Sportlichen nicht passt, selbst wenn es sportlich passt. Genauso war es ja auch bei einem Ronaldo oder anderen Stars. Und genau das hat man bei Dortmund halt anders gemacht. Da hat man ihm die Freiheiten gegeben damals. Und dann hat er auch auf dem Platz performt, auch unter Edin Terzic, der jetzt wohl Trainer bleiben soll. Und da kann er auf jeden Fall wieder aufblühen. Unter dem hatte er eine seiner besten Phasen, als man damals diesen krassen Run hatte. Klar noch mit einem Haarland, aber vor allem Sancho fand ich da auch sehr spielentscheidend. Hat er geholfen, noch in die Champions League zu kommen und den DFB-Pokal zu gewinnen. Auch vom Spielerprofil passt er eigentlich recht gut rein. Man muss natürlich berücksichtigen, man weiß nicht, in welcher Form er kommt. Ob er nochmal an die alte Form anknüpfen kann in Dortmunder Zeiten oder ob er jetzt eher ein bisschen schwächer ist. Aber ich persönlich würde sagen, selbst ein schwacher Jadon Sancho ist immer noch besser wie ein Doniel Marlon oder ein Adeyemi. No Front natürlich. Aber mal schauen, was das dann am Ende gibt. Sancho kann natürlich als Flügel die Breite besetzen, aber zieht halt vor allem auch gerne ins Zentrum. Hat da wirklich ein gutes, kreatives Passspiel. Kann seine Mitspieler in Szene setzen. Und genau das hat zuletzt ja gefehlt. Klar, man hatte immer wieder seine Situationen im Spiel, aber man hat es halt viel zu selten gesehen. Gerade mit einem Zielspieler vorne drin, der Bälle festmachen kann und ihm auch mal Räume schafft, indem er Gegner bindet, kann es auf jeden Fall gut ausgehen. Sancho ist auf jeden Fall auch ein 1 gegen 1 Spieler, also kann auch mal Gegner stehen lassen, Situationen auflösen, gerade gegen tiefstehende Gegner. Aber auch im eigenen Aufbau kann er mal tiefer kommen und ein bisschen helfen. Klar, nicht ganz tief, aber er wisst glaube ich, was ich meine. Zudem bringt er die nötige individuelle Qualität, die es für den Spielstil von Edin Terzic benötigt. Okay, ich weiß bis heute nicht, was sein Spielstil ist. Aber auf jeden Fall für seinen Fußball ist es vonnöten, solche Spieler zu haben, die die individuelle Qualität haben, eben solche Situationen aufzulösen. Mal 1 gegen 1 Situationen für sich zu entscheiden und so dann eben Chancen zu kreieren oder auch selbst zu verwerten. Und das hat Sancho ja exemplarisch damals schon gezeigt, als er unter Terzic als Trainer gespielt hat. Also was ich meine ist, dass der BVB unter Terzic keine wirklich klare Spielidee hat, wie man sich Chancen rausspielt. Und Sancho könnte das halt im Alleingang machen. Der ist so ein Spieler, der in Topform einfach die nötige Qualität dafür mitbringt und einfach ein Unterschiedsspieler sein kann. Mal schauen, ob er es dann auch auf den Platz bringt. Nachhaltiger wäre natürlich einen Trainer zu holen, der eine klare Spielidee hat und solche Unterschiedsspieler wie Sancho. Aber gut, das ist ein anderes Thema und eine andere Entscheidung, zu der ich mich heute nicht weiter äußern möchte. Man könnte zum Abschluss jetzt noch sagen, eigentlich ist der Flügel nicht die größte Problemstelle bei Dortmund. Ich persönlich sehe auf der Position schon ein Problem, aber sehe auf anderen Positionen halt ein viel größeres Problem. Außenverteidiger mit Benze Baini beim Afrika Cup. Sechser hat man auch nicht die spielstärkste Lösung. Aber bei Sancho lehnt man sich ja jetzt nicht allzu weit aus dem Fenster. Und dann ist es eine Möglichkeit, die man auf jeden Fall ergreifen muss, wenn sie so günstig zu haben ist, nur für die Rückrunde. Der wird ihnen, denke ich, schon helfen. Denn seine schlechten Leistungen bei United waren vor allem auch auf das schlechte Umfeld zurückzuführen. Und ich glaube echt daran, dass er beim BVB nochmal wirklich besser performt. Auch wenn es auf jeden Fall schwierig wird und dass seine Anlaufzeit benötigen wird. Klar ist es jetzt nicht ganz so leicht, wenn man nur sechs Monate Zeit hat. Was danach ist, muss man mal schauen. Auf jeden Fall ist es für die Rückrunde ein Schnäppchen für nur drei Millionen. Dann wäre es natürlich gut gewesen, eine Kaufoption oder sowas zu haben. Denn wenn er jetzt durch die Decke geht, glaube ich kaum, dass man ihn kaufen kann. Muss man natürlich schauen, wie es finanziell aussieht. Aber das wäre ja auf jeden Fall schwer. Wenn er nicht performt, wird man ihn wohl auch nicht fest verpflichten wollen. Das ist jetzt noch so ein bisschen ein Fragezeichen, das sich dann aber erst im Sommer klären wird. Jetzt sollte der Fokus bei Dortmund auf jeden Fall erstmal auf dem Sportlichen liegen. Wie man Sancho am besten einsetzen kann. Dass er ihnen eben hilft, das Bestmögliche in der Rückrunde noch zu erreichen. Vor allem national in der Liga. Interessanterweise habe ich den Transfer schon exakt vor einem Jahr gefordert. Damals in einem Video mit einem Wintertransfer für jeden Bundesligisten. Und jetzt ist es, wenn auch ein Jahr später, Realität geworden. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Schreibt mir gerne eure Meinung zum Transfer in die Kommentare. Denkt ihr, dass er nochmal an seine alte Form bei Dortmund anknüpfen kann? Oder wird er nicht einschlagen? Schreibt es gerne unten rein. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.